So, hallo, ich bin Konrad Pansdorf, ich bin auf der grünen Liste auf Platz Nummer 6. Wo kaufst du deine Milch? Meistens Edeka oder Handelshof. Meine letzte gute Tat? Oh, vor 10 Tagen, 4 Abende nacheinander in der Gartenstraße 67, Freifunk in Ordnung bringen. Meine Lieblingsserie? Hm, Weißgeist, das Leben ist zu schade für RTL 2. Drei Wörter, die meinen Backnang beschreiben. Mittelstadt, hügelig, hat Potenzial. Wie wohne ich? Schön, hier in der Kernstadt. Mein Lieblingsplatz in Backnang, hier diese Höhen, hier im Freithof zum Beispiel oder die Kniebelstraße in Oberschöntal, das ist auch so ein schöner Platz. Wer schneidet mir die Haare? Old Fashion, Salon Ginga. Mein leistigen Nutz des Fortbewegungsmittels, na klar doch, Fahrrad, was denn sonst? Wo findet man mich am Backnanger Straßenfest? Hier und da, dann auch so mal beim CJ, dort in der Nähe vom Obstmarkt. Meine Aufregung in Backnang. Mutlosigkeit, doch auch Dinge mal anders anzugehen. Sagen wir es mal bei Freifunk, bei Radfahren oder einfach auch die Stadtwerke noch ein bisschen weiter umzusteuern in Richtung Ökologie. Welches Lieblingslied, oh nein, welches Lied hast du zuletzt gehört? Was ganz anderes aus der Neuen Welt, falls das jemand kennt. Dvořák. Wo war ich denn in Backnang zuletzt essen? Im Sonnenberg. Putanesca. Genau, lecker. Von wem bist du, bin ich Fan? Fan ist eigentlich das falsche Wort. Vorbilder, würde ich sagen. Zwei, die mich eigentlich weiter prägen. Karl Popper mit seiner Philosophie und der, wie heißt er noch, der Gründer von der Drogerie, Kette DM, mit seinem Ansatz zu wirtschaften. Wer etwas will, sucht Wege, wer etwas nicht will, sucht Gründe. Wer etwas will, sucht Gründe.